hallo und willkommen zu einem let's play von farcry mein name ist mensomania und ich wünsche euch viel spaß beim schauen guten morgen oh ich weiß weiß ich kann ich es gerade ändern was ich ändere es gerade so jetzt habe ich es geändert kalle vielen dank für den hinweis ja das haben wir schon leider erlebt wie das hier funktioniert mit ungewollten leuten die hier spoilern von dem boot hier runter du Sauhund so jetzt haben wir auf jeden fall eine harte nuss zu knacken hier weil das ding ist hier übel also hier reinkommen ist jetzt echt schwer ok den haben wir schon mal erwischt dann holen wir uns den nächsten echsen sehen wir noch gar nicht erst hier drüben glaub ich da alter warum war ich jetzt so schlecht da hat erwischt geil geile sache hier ok noch bin ich trotzdem nicht aus dem schneider obwohl dahin brauche ich ja gar nicht mehr cool weil ich hier umgehen vorsicht 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 das ist eine üble zone hier und 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 Was ist denn hier noch einer? Ich sehe keinen mehr. Ich gehe mal hier rüber. Oh, mich hat einer gesehen. Er ist tot am Mörser. Geil. Ich bin aber noch nicht aus dem Schneider. Wo bist du denn? Okay, ich sollte weitergehen. Ich muss so lange stehen bleiben hier. Gut. Gut. Ich will ein Save-Game. Bitte. Angst. Oh, da stehen es zwei. Das war's. Sorry. So. Ah, save game. Lived. It's all on shift. Once you board the ship, plan the demo back up the fuel tank. It's heavily guarded, but I should be able to take it out. It's all on shift, eh. You know, I hate the ship, right? Schon wieder ein Sniper irgendwo, ey. Okay. 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 Ich würde ja spontan sagen, die mögen uns nicht. Aber es ist jetzt nur eine Vermutung. Da ist der Sprengding, glaube ich. Okay. 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 Alright. Oh Oh It's heavily guarded, but I shouldn't be able to take it out Oh Doll Okay Check Habe ich mal gerade so weggegletscht Drei Leute, aber wo sollte ich denn da landen? Oder war ich zu hoch? Kann ja auch sein Dann probieren wir es nochmal Eigentlich sollte alles tot sein Dann testen wir nochmal da auf das Schiff drauf zu kommen Ach Hier vor sollte ich Auch geil Dann wieder an dem Netz hochklettern Oh ja, dieses Netz Erinnert mich an alte Videos Alte Let's Plays Wo ich andauernd gestorben bin Naja Besser zu denen ist das auch nicht B90 hat nix mehr Rot B90 ist tot So, dann schauen wir mal Ach, da kann ich rauf Da kann ich auch runter Hey, cool Ich hatte ein Save Game Hup, hup Wer war noch einer auf dem Schiff? Hat nämlich noch einer gerufen What the hell Ah, wow A lose Bangle Steht weg I did my part I did my part Da hinten ist ein Hubschrauber Da hinten ist ein Hubschrauber Ja, mit so wenig Leben Wie soll man den anderen Hubschrauber killen Toll Ah, okay Ich hab verstanden Naja, ich will aber auch das Scharfschützen Da kommt die P9 weg Scharfschützen würde ich auf keinen Fall hier lassen Okay Wir versuchen dann Ich mach meine Ausdauer noch voll Da hinten hin Ah, zum Jeep kommen wir nicht Zum Jeep kommen wir nicht Zum Jeep kommen wir nicht rauf Aber Da haben wir jetzt Und so ein Megabooms Und so ein Megabooms Und so ein Megabooms Ach, das Schiff hat so viel Explosionsschaden bei mir gemacht Hör mal, ich mache ihn zu Nein, wie du bist? Nee, wie Nubisch! BTF wie Nubisch. Ich glaube wegen der Waffe war ich eben so langsam im Wasser, oder? Okay, ich komme nicht schneller weg vom Boot, als sie runterspringen. Ich weiß auch nicht wie man schneller schwimmt, kann man überhaupt schneller schwimmen? Ah, ich glaube die Waffe ist... Ah, ich habe trotzdem mehr Power. Okay, konzentrieren, wir haben genug Leben, das schaffen wir diesmal. Das gibt's doch gar nicht! Was für ein Quatsch! Alle, 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 alle! Alle, alle, komme ich da schneller hin als da? Zu dem Boot. Da hätte ich wenigstens was Deckung, ne? Komm, schneller! Go, go! Schneller! Ich glaube, ich bin weiter weg. Nein, jetzt bin ich auf dem Desktop geflogen. Scheiß Windows, ey! Du hast zu oft die Shift-Tatze gedrückt. Schnauze! So, hier habe ich wenigstens was Deckung. Oh, ich schieße auch wieder, alte Oma, ey! Das Leben hat der Vogel! Hä? So Leute, das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Falls ja, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Abo-Button klicken nicht vergessen. Und dann sehen wir uns zur nächsten Far Cry Spielfolge. Bis dann! Schönen Tag! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann!